Musik Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, Ginger Dream und ich sind wieder auf der Starshine Ranch angekommen und wir werden jetzt mal mit Josh sprechen. Ich hoffe, Pearl Hart geht es wieder besser. Howdy, du kommst genau richtig. Es gibt tolle Neuigkeiten. Lisa ist da. Oh, Lisa ist angekommen. Ist das nicht toll? Endlich sieht Lisa die Starshine Ranch und wie viel Arbeit ihr Vater hineingesteckt hat. Ich kann nicht alle Lorbeeren einheimsen. Du hast auch hart gearbeitet, mein Junge. Danke, Carl. Lisa richtet sich gerade in ihrem Zimmer ein. Sie würde sich bestimmt über etwas Gesellschaft freuen. Das würde sie bestimmt. Sie war in letzter Zeit so ruhig. Lemmy und ich wollten ihr die Ranch und alles zeigen und mir würde es auch gut tun, mal wieder auf einem Pferd zu sitzen. Aber sie ist lieber auf ihr Zimmer gegangen. Ist das ein Curly Horse? Ein Rappe? Ja. Warum siehst du nicht mal nach ihr, Lucy? Und auch der Rappe. Einen schönen Stern. Der würde mir, glaube ich, auch gefallen. Okay, wir schauen mal nach Lisa. Oh, und Starshine schaut rein. Hat mein Vater dich gebeten, nach mir zu sehen? Er macht sich aber auch immer Sorgen um mich. Na ja, schau dich ruhig um. Ich habe schon alles an seinen Platz geräumt. Aber na ja, ich fühle mich noch etwas fremd hier. Gut, das ist ja kein Wunder. Da sitzt der kleine Starshine. Ich als Plüssteer. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, oder? Lindas Werk. Sie ist wirklich begabt. Sie hat das Blitzen meiner Augen und das Leuchten meiner Seiten in mir richtig gut eingefangen. Eine ziemliche Leistung, wenn du mich fragst. Dann die Gitarre. Meine Gitarre. Mein treuer Begleiter. Eine Martingal. Eine sechsseitige Akustikgitarre aus texanischem Teakholz. Das schönste Instrument der Welt. Wir beide sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Sie hat vielleicht schon bessere Tage gesehen. Aber ich würde keine andere haben wollen. Dann gibt es hier Lucy. Könntest du mir bitte die Star Cookies da etwas näher heranschieben? Ein Apfel kann ja noch so knackig sein, aber Star Cookies knuspern doch noch tausendmal besser. Yummy. Ach, Starshine. Dann haben wir hier noch was. Noch sieht mein Bücherregal etwas leer aus. Aber das ändert sich, sobald Linda mich besuchen kommt. Guck, sie hat mir schon ein Knights of Onistria-Manga geschenkt, das sie doppelt hatte. Sie sagt ja immer, wir sollten uns an Halloween, als die Knights of Onistria verkleiden. Aber Alex weitergeht sich standhaft. Sie sagt, an Halloween geht es um gruselige Verkleidung, nicht um niedliche. Ja. Das ist die Plattensammlung, die ich von meiner Mutter geerbt habe. Jedes Mal, wenn ich mit Alex und Jorvik bin, muss ich mir einfach noch ein paar dazu kaufen. Wie schön, dass ich hier genug Platz für sie habe. Wenn ich mir ein paar der Lieder anhöre, fühle ich mich bestimmt wie zu Hause. Das Eichhörnchen ist immer noch da oben. Es ist reingeflitzt, als ich das Fenster für Starshine aufgemacht habe, nachdem dieser mit dem Kopf vor das Fenster gestoßen und verlangt hat, dass ich ihn reinlasse. Ja, da oben sitzt ein Eichhörnchen. Starshine, ich habe dir doch gesagt, dass wir nicht beide in dieses Zimmer passen. Ja, okay, und da war noch was. Ja, warum gehen wir jetzt raus? Ich wollte doch das hier. Ein komischer Platz für eine Banane. Ich weiß, das war mein Vater, ist so ein Insider. Wir legen Bananen in irgendwelche Orte und warten, wie lange es dauert, bis der andere sie findet. Ein netter Versuch, aber das kann ich deutlich besser. Ja, vor allem, wenn sie nachher nicht rechtzeitig gefunden werden, dann wird es irgendwann unangenehm. Ich liebe mein Zimmer. Ich weiß, Papas und Josh harte Arbeit wirklich zu schätzen. Aber mir ist klar geworden, dass was nicht stimmt. Es gibt keinen Platz auf der Ranch, der dem Andenken meiner Mutter gewidmet ist. Aber wo soll ich anfangen? Vielleicht sollte ich zuerst darüber nachdenken, wie ich mich all dieser Zeit an meine Mutter erinnert habe. Hat sie sich die Ranchin überhaupt schon angeschaut? Jedes Jahr, zum Tag der Toten, errichte ich einen Altar aus Ringelblumen, bereite drei Tassen Champurado zu und wir singen Mamas Lieblingslieder. Das ist eine Tradition aus Mexiko, die ich von ihr gelernt habe. Vielleicht sollten wir eine dauerhafte Gedenkstätte hier auf der Ranch einrichten, damit es immer einen Ort gibt, an dem mein Vater und ich gehen können, wenn wir an sie denken. Das ist eine tolle Idee. Ich kann dabei helfen. Das bedeutet mir so viel. Vielen, vielen Dank, Lucy. Legen wir los. Okay, für die Gedenkstätte für meine Mutter müssen wir noch Ringelblumen pflücken und einen schönen Platz dafür auf dem Gelände der Ranch finden. Okay. Ein unvergessliches Rennen und einen richtigen Ort finden. Fangen wir mal mit dem Rennen an, ne? Okay, pflücken wir zuerst die Ringelblumen. Versuchen wir vor mir zehn Ringelblumen zu sammeln. Achso, ne, wir sollten schon rennen, denke ich. So, hier unten war noch was. Aha. Da unten. Okay, hier sitzt noch ein Hühnchen. War da noch was? Ne, aber hier. Okay, Lisa ist auch ganz schön schnell. Ich habe wahrscheinlich den falschen Weg gewählt. Aber... Wir brauchen noch eine. Einer. Ja. Wo ist die? Die hatten wir schon. Oh Gott, wir verlieren noch. Wir verlieren euch doch. Ja. Du warst beim Pflücken der Ringelblumen schneller als der Wind. Nette Versuch, aber du bist nicht schnell genug für mich, die Blumenzauberin. Haha. Was? Waren wir jetzt doch noch ganz knapp zu langsam? Oh, das ist ja fies. Wir haben genug Ringelblumen für die Gedenkstätte gesammelt. Okay, und jetzt müssen wir den perfekten Platz für die Gedenkstätte finden. Und dann zählen wir uns mal in der Gegend um. So. Wo geht's lang? Ach so. Äh, wir müssen... ...die Orte aufsuchen. Okay. Oh. Ups. Und ich würde sagen, wir fangen nach vorne an. Es müsste hier irgendwo... Na. Der Ausblick auf die Starshine Ranch ist wirklich schön, aber spürst du den Wind, der aus den Bergen kommt? Er würde die Blumen wegwehen. Wir sollten einen anderen Ort finden. Okay. Wenn das so ist, dann schauen wir mal hier weiter. Es müsste hier irgendwo sein. Ach da. Bei den Ringelblumen. Der Wald ist schön. Ich liebe es, wie das Licht durch die Blätter fällt. Aber er ist zu weit weg. Ich denke, wir sollten einen anderen Ort finden. Zu weit weg. Okay. Das ist wirklich zentral. Aber hier wäre die Gedenkstätte zu ungeschützt. Es sollte ein privater Ort sein. Suchen wir weiter. Ja. Ja. Es ist nicht ganz einfach. Dann müssen wir wohl noch hier hoch. Oh. Schaffen wir das? Ja. Ich denke, das ist es. Sieh dir den Baum an. Die Blumen. Die Aussicht auf die Ranch. Meine Mutter würde es lieben. Lass uns die Gedenkstätte hier errichten. Hey Lisa, alles okay? Hm. Gehen wir zurück ins Zimmer, Lucy. Ich glaube, Lisa braucht einen Moment. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Huch. Ich brauche nur eine Verschnaufpause. Das war ein wenig zu viel für mich. Aber jetzt geht es mir besser. Möchtest du noch etwas über meine Mutter wissen, bevor wir anfangen? Ähm. Deine Lieblingserinnerung, deine lustigste Erinnerung. Etwas, das sie dir beigebracht hat. Die Lieblingserinnerung, würde ich sagen. Meine liebste Erinnerung an Mama. Es gibt so viele. Aber eine sticht wirklich heraus. Auf ihrem Schoß zu sitzen, während sie mir gezeigt hat, wie man Klavier spielt. Das leichte Morgenlicht, das in den Raum fiel. Ihr Haar, das meine Wange kitzelte. Wenn sie sich vorbeugt. Ihre Finger, die über die Tasten gleiten, während meine ihre Bewegungen verfolgen. Wir haben den perfekten Platz für die Gedenkstätte gefunden und die Ringelblumen gesammelt. Gehen wir raus und lassen meinen Vater und Josh wissen, dass alles bereit ist. Okay. Okay, dann... Ach, jetzt kommen wir hier nicht raus. Vorhin wollten wir nicht. Warum dürfen wir jetzt nicht raus? So, sind wir mal langsam unterwegs. Echt jetzt? Aha. Achso. Unser Pferd steht hier hinten. Nehmen wir einfach mal mit. Ach, da drüben. Papa, mir ist klar geworden, was auf der Ranch fehlt. Ein Ort, um Mama zu gedenken. Lucy und ich haben Ringelblumen gesammelt und den perfekten Ort für die Gedenkstätte gefunden. Uns fehlen nur noch ein paar bedeutungsvolle Gegenstände, um sie zu dekorieren. Isa, du rührst mich zu Tränen. Du hast so eine gute Seele. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Ich habe genau das Richtige für die Gedenkstätte, unser Familienfoto. Gehen wir zur Gedenkstätte und legen unsere Dinge dorthin. Du auch, Josh. Wir hätten dich wirklich gerne dabei. Okay. Die beiden sind schon weg. Huch. Jetzt kommen wir hier nicht mehr vernünftig hoch. Papa, kannst du uns ein wenig über Mama erzählen? Ich bin mir sicher, Josh und Lucy würden es auch gerne hören. Wo soll ich anfangen? Lisas Mutter, Xiomara, Maria Patterson oder Xo, wie ich sie gerne nannte, war... Nun ja, sie war einfach die eigensinnigste Person, die ich je getroffen habe. Und ich liebte sie dafür, so sehr, wie der Himmel blau ist. Sie wusste genau, wer sie ist und was sie wollte. Dafür werde ich sie immer bewundern. Meine Xo war immer so energiegeladen. Singend, tanzend, lachend. Oder mit Lisa beim Reiten. Es ist immer noch seltsam für mich, dass das lebensfrohe Mädchen, das ich je kannte, nicht länger bei uns ist. Das lebensfrohste. Wenn ich so weitermache, muss dein alter Herr bald weinen, Lisa. Josh, wie ich sehe, hast du etwas für die Gedenkstätte. Warum teilst du das nicht mit uns? Ich habe auch etwas für die Gedenkstätte. Es ist ein Stein, den mir meine Mutter gegeben hat, bevor ich nach Jorvik zog. Ich hatte ihn gefunden, als wir damals im Grand... Teton National Park... ähm... Der Tag, an dem ich das Nest verließ, um hierher zu kommen. Er erinnert mich daran, wie sehr meine Mutter mich liebt und dass sie alles getan hätte, damit ich glücklich bin. Vielleicht kann er auch dich daran erinnern, Lisa. Josh, das ist unglaublich. Vielen Dank, dass du hast meiner Familie so geholfen beim Bau der Starshine Ranch und warst für meinen Vater da, während ich weg war. Ich weiß, wie schwer es ist, von seiner Familie getrennt zu sein, aber ich möchte, dass du weißt, dass du immer bei den Pattersons willkommen bist, wenn du in Jorvik bist. Oh Gott. Traurig. Und vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Die Dinge, die ihr beigetragen habt, bedeuten so viel. Die Gedenkstätte ist fertig. Joa, ist auch schön geworden. Nur die Kerzen sollte man da nicht unbedingt stehen lassen. Na, das war eine emotionale Achterbahn, nicht wahr? Ich bin froh, dass es auf der Starshine Ranch jetzt einen Platz für meine Mutter gibt. Boah, wir bekommen 500 Schillinge, 200 Erfahrungen für uns, 200 Erfahrungen fürs Pferd und... Ein Sternenlichtmeer-Bosal-Geschenk. Mit Stärke plus 3 Geschwindigkeit plus 3. Vielen Dank für deine Hilfe heute, Lucy. Sie sich hier einzurichten, hat so viele Erinnerungen zurückgebracht. Vor der Ranch arbeitete mein Vater als auf Offshore-Öl-Plattform. Ich wuchs in Texas auf und er verschwand oft für Wochen, um Plattformen im Golf zu überwachen. Es gab nur mich, meine Mutter und unsere Pferde. Es war himmlisch, aber dann, nach dem Unfall, änderte sich alles. Mein Vater hat unseren Ranch in Texas verkauft und wir reisten dorthin, wohin die Arbeit ihn verschlug. Hauptsache weit weg von diesem schmerzhaften Erinnerung. Du kannst dir wohl vorstellen, was daraus wurde. Aber am Ende wurde alles gut. Ich traf Alex, Linda und Anne und... Und mich. Natürlich, Starschein. Dich würde ich nie vergessen. Und dann, als die Zeiten wieder dunkler wurden, bist du aufgetaucht, um mich zurück ins Licht zu holen, Lucy. Das Schicksal hat die seltsame Angewohnheit, einem genau die Freunde zu bringen, die man braucht. Du hast meine Geschichte gehört, also warum erzählst du mir nicht etwas von dir? Was hat dich nach Jorweg gebracht? Oh, die Pferde, die Abenteuer, das Schicksal. Ja, eigentlich waren wir ja nur im Urlaub hier, ne? Das Schicksal. Ganz wie bei mir. Es ist seltsam. Ich glaube, ich hatte noch nie von Jorweg gehört, bevor mein Vater sagte, wir würden herziehen. Aber sobald ich hier ankam, konnte ich es in den Sternen sehen. Jorweg rief nach mir. Ich frage mich, was Jorweg von dir erwartet. Ich kann nicht glauben, dass endlich alles geschafft ist. Wir haben jetzt die Starschein-Range. Sie ist nicht nur ein Ort zum Schlafen, sondern ein Zuhause. Ich habe Papa seit Jahren nicht so entspannt gesehen. Und unsere Familie ist sogar gewachsen. Jetzt, da Josh und Pearlheart hier sind, du solltest Pearl und Starschein sehen. Sie passen zusammen wie Kekse und Milch. Du hast mir wirklich sehr geholfen, Lucy. Das Entdenken an meine Mutter auf die Starschein-Range zu bringen, das hätte ich ohne dich nicht geschafft. Ich weiß, dass es nicht viel ist, aber ich möchte, dass du das hier hast. Sieh es als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Und damit ist wahrscheinlich diese Quest-Reihe auch abgeschlossen, weil in der Regel kriegen wir ja, genau, solche Geschenke am Ende einer Reihe. Und das hier ist das Bosal, das wir bekommen haben. Gut, Bosal würde ich jetzt nicht unbedingt Ginger Dream draufpacken. Das passt dann wahrscheinlich eher zu einem unserer Quarter Horse. Oder mal sehen, was wir noch so für Western-Pferde ins Spiel bekommen. Aber ich finde es cool, es hat, ähm, ja, Championats geeignete Werte. Das heißt, man könnte gucken, dass man einen passenden Sattel dazu findet noch. Und, ähm, ja, hat dann schon mal ein schönes Outfit. Oder vielleicht haben wir ja irgendwann auch mal Glück und bekommen noch einen Sattel dazu. Wir wissen ja nicht, was uns hier dann nochmal auf der Starschein-Range erwarten könnte. Und ich würde aber sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und, ähm, ja, das wird wahrscheinlich, wenn keine weiteren Quests ins Spiel kommen, questtechnisch gesehen, ja, bei Pfarrer sein. Gut, also, bis dann. Tschüss! Tschüss!